In diesem kurzen Video teste ich die Kompatibilität der My Coffee Star Kapsel in der Nespresso Pixi Maschine von Krups. Die My Coffee Star Kapsel ist eine wiederbefüllbare Kaffeekapsel für die Nespresso Maschine. Das Herunterdrücken des Verschlusshebels funktioniert ohne Probleme. Auch der Kaffeeauslauf funktioniert einwandfrei, allerdings nur bei dem richtigen Mahlgrad des Espresso. Bei zu feim Mahlgrad kommt es bei der My Coffee Star Kapsel zu Problemen. Insgesamt ist die Crema mit dieser Kapsel auch nicht ganz so ausgeprägt. Der Auswurf der Kapsel funktioniert hingegen einwandfrei. Dieses liegt auch an dem hohen Gewicht der Kaffeekapsel. Nach der Verwendung kann die Kaffeekapsel einfach unter fließendem Wasser ausgespült werden. Der gesamte Testbericht ist zu finden auf meiner Seite kapsel-kaffee.net